Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt, Freund, leih mir drei Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten. Wird dann etwa der Mann drinnen antworten, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet. Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel und den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Heute hören wir im Evangelium eine Ermutigung, Gott um all das zu bitten, was wir brauchen und auch darüber hinaus. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass er unsere Bitten auch hört und er wird sie auf seine Weise erfüllen. Auch wenn das vielleicht nicht immer so ist, wie wir uns das vorstellen oder wie wir es uns wünschen würden. Für mich drückt das Bitten so die Offenheit oder die Bereitschaft aus, das zu empfangen, was Gott mir schenken möchte. Wir hören hier auch ein Beispiel von dem Vater, von den Kindern, dessen Nachbar oder dessen Freund zu ihm kommt und er möchte ihm zuerst kein Brot geben. Und dann heißt es, dass Gott, unser Vater im Himmel, die Bitten noch mehr erfüllen wird, als sein Vater seine Kinder. Das heißt, die Sorge Gottes um uns ist noch viel größer als die Sorge der Eltern für die Kinder. Und da möchte ich uns für den heutigen Tag auf die Frage mitgeben, wo habe ich erlebt, dass Gott mir das gibt, das schenkt, was ich brauche und vielleicht auch noch mehr dazu und hat mich das in eine größere Freiheit geführt. Und da möchte ich uns für die Kinder.